Bei Pankreaseingriffen ist die Erfahrung des Operateurs unheimlich wichtig. Das ist ein Zentrum, das von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Visceralchirurgie ausgezeichnet ist für die optimale Behandlung von unterschiedlichen Erkrankungen in der Bauchspeicheldrüse. In diesem Zentrum werden sowohl gutartige als auch bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse behandelt. Dazu zählen Pankreastumoren wie auch das Pankreaskarzinom, aber auch die akute und die chronische Pankreatitis. Die Patienten haben die Gewissheit, dass sie in einem Zentrum sind, wo sie mit einer optimalen Expertise und mit einer langjährigen und breiten Erfahrung behandelt werden. Die Pankreasoperationen werden dort in hoher Zahl von nur wenigen sehr gut ausgebildeten Chirurgen durchgeführt. Darüber hinaus gibt es immer auch einen breiten interdisziplinären Ansatz, dass auch andere Fachabteilungen wie Gastroenterologie, Diabetesberatung, Ernährungsberatung mit beteiligt sind.